Das Rauschgenerator-Advenztürchen. Große Momente der Computergeschichte. Türchen Nummer 8. 23. April 1994. USB wird geschaffen, was die USA zu einer Klage wegen angeblichem Namensplagiatismus und Versetzung der US-Armee in Alarmbereitschaft veranlasst. Nur knapp konnte durch die Vermittlung des ebenfalls Namensrechte erhebenden ASB einen Atomkrieg verhindert werden, woraufhin man sich an einem See traf, um die friedliche Einigung zu zelebrieren. Man nannte diesen See daraufhin Firewire. Hierzu Netzwerkexperte Prof. Dr. Mao.